ChatGPT ist überall und wird ohne Zweifel die Softwareentwicklung dieses Jahr stark begleiten. Aber mal ernsthaft, das ist nicht alles, was uns erwartet. Wir haben uns schon über die Themen unterhalten, die vermutlich viele entwickeln wollen, also das Ergebnis, was entwickelt wird. Wir haben uns auch schon über Frameworks und Programmiersprachen unterhalten. Aber lasst uns heute nochmal über die Softwareentwicklung selbst reden. Wie entwickeln wir vermutlich dieses Jahr Software und wo soll es eigentlich hingehen? Dieser Überblick soll euch helfen, auch dieses Jahr unter all den ganzen Technologien und Methoden, die für euch wichtigsten ausfindig zu machen. Bleibt also bis zum Schluss dabei, um keine zu verpassen. Wir starten mit dem offensichtlichsten und dem Thema, das ich auch am kürzesten behandeln möchte. Letztes Jahr ging KI komplett durch die Decke. Erst GitHub Copilot, den ich gar nicht mal so geil fand, später aber dann im Jahr ChatGPT, zu dem ich schon ein extra Video gemacht habe. Tests automatisiert schreiben lassen, Code generieren, Code auf Fehler untersuchen, Deployment-Dateien, Config-Dateien, Fragen wie bei Stack Overflow, Netzwerkadressen berechnen. Das Ding ist mächtig und kann wirklich viel. Holy Shit. Und das Lustige? ChatGPT basiert aktuell noch auf GPT 3.5. Dieses Jahr, bald relativ sogar, soll GPT 4 kommen. Und das haut laut einigen Meinungen nochmal deutlich mehr rein. Schaut euch aber am besten erstmal mein Video zu ChatGPT an. Für die Interessierten, ich habe zwischen den Jahren auch eine komplette Anwendung mit ChatGPT entwickelt und kann euch da am 26. Januar um 14 Uhr einen genaueren Einblick geben. Ich eröffne nämlich mit meinem Talk die Job.io, eine regelmäßige Jobmesse für ITler, die von GetInIT veranstaltet wird. Für euch natürlich völlig kostenfrei. Und die perfekte Chance, um zig Unternehmen abzuchecken. Schaut deshalb auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich auf euch. Ebenfalls unfassbar wichtig, aber ein bisschen verkannt, wird gerade das Potenzial von Cloud. Schon längst im Mainstream angekommen, wird das weiterhin so bleiben, wenn ihr mich fragt. Cloud erlaubt vielen Unternehmen, ihre Dienste extrem schnell verfügbar zu machen und sich so um einen großen Teil gar nicht mehr selbst kümmern zu müssen. Wir hatten uns im vergangenen Jahr auch schon mal ein bisschen mit der Thematik befasst. Cloud ist eine Leiter, wenn man so möchte. Bei Infrastructure as a Service, also Servermieten, sind schon fast alle angekommen. Kaum mehr jemand hat den Server noch bei sich zu Hause. Wir haben uns im vergangenen Jahr aber auch damit befasst, wie wir einen gemieteten Server administrieren können. Aber es geht natürlich noch weiter. Mit Platform as a Service oder gar Software as a Service kann man natürlich weitermachen. Nutzt man ein externes Tool, wie auch wir zum Beispiel unser Ticket-Management-Tool in der Bootstrap Academy, spart das enorm die Entwicklungskosten und man kann viel schneller viel mehr machen. An der Stelle, ihr solltet unbedingt bei der Academy vorbeischauen. Aber eben auch PAAS oder SAAS liefert Zeitersparnis in einem völlig anderen Level. Das erlaubt gerade Newcomern und jungen Plattformen ohne 1000 Entwickler einen einfachen Start. Und so wird es speziell Teams aus nur 3-7 Personen ermöglicht, einfach komplett durchzustarten. Demnach ist das Ganze meiner Meinung nach auch mittlerweile sehr wichtig für Schulen und Regierungsorganisationen übrigens. Denn die merken das auch immer mehr und gehen da auch immer mehr hin. Das Gegenstück zu Cloud Computing ist Edge Computing. Und ich glaube, dass auch das ein bisschen Trend wird. Mit Protokollen wie IPFS sehen wir es zumindest schon ein bisschen. Edge Computing oder auch Fork Computing, der viel geilere Name, steht dafür, dass Daten einfach an die User verteilt werden und dort immer verfügbar sind. In der Mitte steht kein zentraler Server, sondern die Daten liegen bei jedem Nutzer. Die Berechnungen finden auf eurem Rechner statt und werden für andere Nutzer gemacht. Das kann zwar auch eine Blockchain sein, muss aber definitiv nicht so sein. Ich hatte auch zum Beispiel schon oft Folding at Home erwähnt. Eine Anwendung, bei der eure Rechenleistung genutzt wird, die von eurer Grafikkarte um genau zu sein, um die Faltung von Proteinen zu berechnen. Das kann jeder einfach so machen und ich nutze, auch wenn der Stromverbrauch natürlich hoch geht, lieber das zum Heizen als meine eigentliche Heizung. Die ist natürlich auch da, aber ich benutze sie nicht. Tatsächlich habe ich meine Heizung hier drin nie aktiv, außer wenn es draußen unter minus 8 Grad geht. Dadurch ist aber beispielsweise für die Forschung auch sehr viel Leistung drin und die können mehr machen damit. Wäre vielleicht mal ein anderes Modell, um irgendwelche Dienste, die man eigentlich bezahlen muss, so anzubieten, also ohne Werbung. Gerade in Bezug auf AI sehe ich da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es könnte also durchaus auf den einen oder anderen zukommen, dass ihr dafür Software schreiben müsst. Und das, obwohl es noch sehr nischig ist. Aber natürlich kommen in diesem Jahr auch noch ein paar Videos von mir dazu. Speziell Privacy braucht da nochmal ein extra Augenmerk. DevOps wird schon von so vielen Teams praktiziert, aber eben noch längst nicht von allen. Und DevOps ist eine Reise, glaubt mir. Ich habe schon mal eine Tutorial-Reihe dazu gemacht, auf welche Dinge es ankommt, aber vor allem ist das Ganze natürlich auf die Soft-Skills bezogen. Denn nach der Einführung von DevOps ist es halt eben nicht getan. Danach geht es weiter, je nachdem, wo man eben auch selbst einen Akzent im Unternehmen und in der eigenen Entwicklung braucht. Beispielsweise macht es bei einem Team, das zum Beispiel User-Verwaltung schreibt, Sinn, DevSecOps draus zu machen, auch wenn es vielleicht ein kleines Meme ist, überall noch Ops hinten dran zu hängen. Dabei kommt dann nicht nur das Development-Team und das Server-Administrationsteam aka Operations zusammen, sondern auch jemand aus der Security macht damit und schaut überall drüber. Arbeitet das Team aber zum Beispiel an einem internen Service zur Analyse von etwas, macht es vielleicht mehr Sinn, einen Data Scientist ins Team zu stecken. Raus kommt dann DevML Ops. Ich denke, diese hochflexiblen Teams mit allerlei verschiedensten Expertenkompetenzen im Team werden noch zunehmen. Das entspricht ja durchaus dem Sinn von DevOps, durch eben unterschiedliche Kulturen einen anderen Standpunkt einzunehmen, was eben dadurch schon wieder zu besseren Ergebnissen führt. Die Teams noch flexibler zu machen, ist da eigentlich nur der nächste logische Schritt. Ein integraler Teil von DevOps ist aber natürlich auch CICD. Und das ist so wichtig, dass es hier nochmal einen extra Abschnitt bekommt. Ich kann es eigentlich gar nicht oft genug betonen. Es ist der absolute Wahnsinn und das im positiven Sinn. Bei uns in der Bootstrap Academy beispielsweise läuft das so ab. Haben die Frontend-Entwickler ein neues Feature fertig, committen sie das einfach nur in Git rein. Von dort wird dann aber direkt ein Deployment ausgelöst, wodurch die Testseite direkt das neue Feature bekommt, also das Update quasi. Innerhalb von Minuten ist das ganze Ding da und wir können es dann testen und uns ansehen. Dann wird es unter Umständen nochmal gefixt und direkt nochmal getestet, weil wir vielleicht was gefunden haben, was nicht ganz funktioniert. Ist alles gut, dann haben wir lokal ein zweites Repository, in das wir dann diese Änderungen reinmerchen und woanders rein committen. Dort wird dann auch deployed und die Änderungen sind dann tatsächlich schon live für alle. Das nimmt einem so unfassbar viel Arbeit ab. Deswegen, ja, meine Empfehlung. Ein Thema, was aber auch viele von euch treffen wird, ist Homeoffice oder Remote Work. Mittlerweile arbeitet die Mehrzahl der Informatiker, mit denen ich so spreche, im Homeoffice mit gelegentlichen Zeiten vor Ort. Homeoffice ist bequem, effizient, persönlich und man hat Freiheiten, wie auf die Kinder aufpassen oder auf Haustiere aufpassen und kann auch eigene Pakete annehmen. Das ist Win-Win. Die Firmen haben aber natürlich auch viele Vorteile. Nicht so viele Arbeitsplätze vor Ort, konzentriertere Mitarbeiter und noch mehr. Dass das Ganze nicht ganz problemlos ist, ist klar, aber dazu ein anderes Mal mehr. Immer mehr von uns arbeiten im Homeoffice, das ist Fakt. Und der Trend wird sich meiner Meinung nach weiter fortsetzen. Ein ganz besonderer Vorteil davon, Teams müssen nicht mehr lokal sein. Ihr möchtet für eine japanische Firma Code schreiben? Kein Thema, ihr könnt sogar dort festangestellt sein. Ihr müsst aber auch nicht unbedingt vor Ort sein, auch wenn das vielleicht das eine oder andere Mal vorkommen wird. Das hat zur Folge, dass viele Firmen ihre Teams nach Experten aufteilen. Ihr seid richtig gut in diesem einen Ding, diesem einen Framework oder dieser einen Technologie, dann könnt ihr erst in Team A aushelfen, dann in Team B eine Fortbildung machen und anschließend in Team C weiterentwickeln. Das ist super, bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ihr mit vielen verschiedenen Menschen zusammengeworfen werdet. Und da merkt man dann die kulturellen Unterschiede teils echt massiv. Stellt euch darauf ein, ganz andere Menschen kennenzulernen, die ihr vielleicht aus Versehen beleidigt, wenn ihr euch schlecht ausdrückt. Das muss man natürlich im Vorfeld wissen. Aber zurück zu den Entwicklungen. Microservices sind immer noch nicht überall angekommen. Muss ich dazu viel sagen, niemand mag Monolithen. Fällt ein Teil aus, ist alles ausgefallen bei einem Monolithen, weil es eben nur einen Teil gibt. Das macht nur Probleme. Fällt stattdessen bei einem Microservice ein Teil aus, kann man das zumeist noch ganz gut verarbeiten. Noch viel wichtiger, die Microservices, die stark in Benutzung sind, können skaliert werden, womit wir wieder beim Thema Cloud wären. Zu Microservices sind die Trends, zählt aber selbstverständlich auch die Kommunikation der Microservices untereinander. Und die geschieht in letzter Zeit immer häufiger mit Remote Procedure Calls, kurz RPC, oder aber mit Messaging oder natürlich auch standardmäßig über APIs. Sowohl RPC als auch Messaging sind Tech-Stacks, die im Backend immer wichtiger werden und sogar im Frontend teilweise. Und die habe ich noch nicht auf meinem Kanal abgedeckt. Ihr wisst, was euch also erwartet. Das erlaubt auch immer mehr Teams effizient miteinander zu arbeiten. Ein Team macht den einen Microservice zum Beispiel und ein anderes Team macht dann zum Beispiel den anderen. Quasi auch an der Stelle wieder DevOps. Und auch im Frontend haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. In einer High-Level-Übersicht würde ich sagen, sehen wir vor allem die sogenannten Progressive Web Apps, kurz PWRs. Welches Framework, das sei jetzt mal dahingestellt. PWRs zielen aber darauf ab, euch in einer Seite eigentlich dieselbe Erfahrung zu bieten wie in einer nativen App, nur eben ohne Download oder auch ohne Entwicklung einer nativen App. Schnelles Laden bei langsamen Verbindungen, Responsiveness, das bleiben aber trotzdem alles Themen, die man natürlich beachten muss. Trotzdem oder gerade deswegen werden sie immer beliebter bei Entwicklern, denn so müsst ihr nur ein einziges Mal entwickeln. Und zwar alles auf einmal. Im Vergleich zu letztem Jahr sind nochmal sehr viele mehr Websites dazugekommen, die beides auf einmal entwickeln. Auch Low-Code und No-Code hatten wir letztes Jahr schon mal. Das soll den Einstieg unter anderem für Neulinge natürlich erleichtern in eine neue Technologie, aber es soll vor allem auch Entwicklern eine solide Code-Basis bieten, die zum Beispiel von einem Designer erstellt werden kann. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr arbeitet in einem Team. Euer Designer hat euch ein Layout geliefert, das ihr implementieren müsst. Designer arbeiten normalerweise alle Fenster aus und zeigen euch durchaus auch an, wie man zwischen den einzelnen Screens wechseln kann. Das heißt, wie ich zum Beispiel mit einem Button-Klick von diesem Fenster zu diesem Fenster komme. Was, wenn ihr schon direkt eine Frontend-Implementierung mit allem drum und dran inklusive Framework bekommt und alle Klicks und das komplette Layout ist schon fertig. Ihr müsst nur noch quasi ausfüllen und selbst die Inhalte sind ja eigentlich schon da. Die meisten Sachen lassen sich dann ziemlich deterministisch festlegen und passieren eigentlich automatisch. Da sind dann also die Entwickler selbst schon wahnsinnig viel schneller. Ich glaube aber, um den Bogen zu unserem ersten Punkt wieder zu bekommen, dass hier AI nochmal vieles verändern wird. Ich habe schon mit Entwicklern gesprochen, deren Designs von einer KI stammten. Diese Designs zu interpretieren und daraus ein grundlegendes Frontend zu bauen, das dann eventuell schon sogar an eine gegebene API angelehnt ist, das könnte alles dieses Jahr tatsächlich realistisch passieren. Und das wird die Low-Code-Szene beflügeln. Vergesst aber bitte bei all diesen ganzen Themen nicht, dass ihr trotzdem autogenerierten Code immer verstehen müsst. Immer. Und ihr müsst ihn auch anpassen können. Sonst wird uns das Ganze um die Ohren fliegen, denn es passiert nichts fehlerfrei. Auch bei uns Menschen übrigens nicht. Wir müssen uns auch selber debuggen. In diesem Sinne, lernt diese ganzen Technologien auf der Academy. Das ist alles gratis. Und schaut auf jeden Fall bei dem Link in der Beschreibung unten vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.